Also, Convoy, was für ein Anblick. Und nur diese Wüste gleicht der Sternen behagenden Weite hier über unseren Köpfen. Nee, zwei Pintanil. Oh, sorry. Ich sehe gar nichts wegen dem Staub. Bleh. Hört ihr mich alle laut und deutlich hören? Ich habe einen Gruppenkanal geöffnet. Bleib aus dem Badlands. Hier ist der Moderator. Fertig. Ja, schon gut. Du musst erwarten auf mich. Das Vögelchen sortt vor sich hin. Ich bleibe auf Abstand, lieber. Ich habe keinen Bock, die umzusegeln. Sie betreten jetzt Eigentum, das von Militech Site Secure beschützt wird. Drehen Sie um. Ich wiederhole. Sofort umdrehen. Paketen Mann fließt. Okay, ich sehe schon. Ich bin haarig. Da den nächsten. Schön. Schön habt ihr ihr gemacht. Toll. Ich habe Angst, die zu erwischen. Meine eigenen Kumpanen. Weißt du, was ich meine? Kein Einsatz, Bobby. Kümmere dich um den Störsender. Kein Ding. Schon dabei. Kehr Glück. Vorsicht. Oh Gott. Oh Gott. Die müssen so... Hä? Shit! Was? Ich kümmer mich drum. Aber du musst irgendwie diese Drohnen ausschalten. Wie? Ich übernehme die Drohnen. Du den Panzer. Oha. Nein, nein, nein! Feuer in der Fahrerkabine! Lieber Spannung! Okay, kannst du es löschen? Wenn nicht, steig aus. Scheiße, Leute, was ist los bei euch? Ich bin ein Transmitter. Wo steckt mich? Ah, zehn ist die so mal dicht, ne? Wenn die ruhig bleiben. Ah, genau da muss ich nachladen. Ich bin nicht gepackt! Wie sieht's aus? Wie lange noch? Eine Minute! Feuer ist unter Kontrolle! Schalte um auf den Notstrom! Ein paar Systeme werden analog laufen, aber er bewegt sich! Wie die Geld haben, ne? Drecksschweine. Aber wie lange dauert das, bis die wechselt? Alle Systeme wieder online! Gebt Gas! Okay, Bobby, der Panzer ist unterwegs! Halt durch den Julien! Na endlich! Hab euch schon fast vermisst! Na, na. Hier ist noch ein so'n Scheißteil übrig! Unterschließend! Bobby! Oh, scheiße! Bobby? Bobby, hörst du uns? Wir müssen uns bereiten, Mensch! Aber wir können nicht anhalten! Nicht jetzt! Der Panzer wie! Er ist fast am Ende! Die Systeme könnten jeden Moment wegbrechen! Ich tue alles, damit wir das in einem Stück schaffen! Danach kann ich improvisieren! Ich beeile mich! Wir müssen das hinpannen! Halt durch! Keine Fehler mehr! Nicht einer! Uns sind schon zu viele passiert! Wir schaffen das! Es ist wer! Wer ist da? Was ist das? Was ist denn da? Halt durch! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Okay, das ist Raman Okay Oh shit, aber jetzt nicht mehr Wie? Hab ich's nicht gesagt? Antrieb, Waffensysteme, Raketenwerfer Eins nach dem anderen fällt hier aus Kannst du das alles reparieren? Ich versuch's! Entweder das oder die Kiste ist gleich Schrott Du steigst aus! Hilf dem anderen! Ist die Scheiße programmiert worden oder? Wir geben dir Deckung, aber beeil dich, okay? Ratschwand noch was da hier drin Ratschwand noch was da drin Wir müssen weiter Wir sind fast da Ziel gekauft! Rät noch Ich mach mir jetzt kaputt Lass' Angst, ne? Wenn ich mir ne Gefühl kommt Wenn die Frau mit der Kluppe kommt Weiß nicht die Zeit dafür, aber Alter! Wenn mir sowas anliegt, jetzt sollten wir das durchmachen Mach euch auf was gefasst! Ich bleib eigentlich schon mit dem Ja, ja! Okay, jetzt sind wir dran! Wie? Behalts ihr im Auge! Verstanden! Es sollte oben einen Kontrollraum geben Und daraus verlinken wir mit dem Serg! Bin ich drin? Achso! Äh, Leute! Ich kann's erklären! Ich war schon Schneller als soll! Ihr! Da ist das Terminal! Wir klinken uns ein! Was ist mit Sicherheitsprotokollen? Wie? Das ist keine Raumstation Sondern ein verfickter Bohrer! Keine Sorge! Carol schneidet sich durch Wie durch Butter! So, jetzt sehen wir das! Wir fahren das Serg hoch Und bohren uns bis zum Arasaka Tower durch! Das wird etwas dauern! Wie? Du musst uns Deckung geben! Wir kriegen Gesellschaft! Okay! Und zwar eine Menge! Wie? Wir haben was gefasst! Militech lässt einfach nicht nach! Die Ausrichtung des Burgers ist gut gelegt! Wenn wir ihn weg! Wir fragen ganz höflich! Nicht schmuck den Autopiloten ab Und schreit auf manuell um! Schafft! Es klappt! Wir machen zum Schaff! Gerade! Scheiße! Ah, okay! Komm von rechts! Hallo! HilfButter! Oh shit! Können wir es tun! Wuhh, movement! Ne? Ah! heile mich nach ah ja ah nein ein bisschen geregelt Ich tue mein bestes. Mitch, hörst du mich? Oh, die Vollpieper. Ja, so geht's nicht, ne? So geht's nicht. Du kannst mich nicht untergehen. Ah, scheiße. Hört's vielleicht. Die Katze geht nicht. Ja, okay, warte mal. Ich muss mal grad kurz. So, was kommt? So, was kommt? Warte. Teddy ist tot. Bob ist tot? Ah ne, Bob lebt noch. Oh, da kommt wer. Was? Oder? Ah, so ist da einer. Oha! Das kann ich schon lange. Wie hält das aus? Waa! Scheiße. Hallo, Baby. Ah, ist auf die 1. Okay. Das, Alter. Das zieht so richtig viel, ne? Junge. Feuer ist die ganze Zeit drauf. Du brauchst nur 2-3 Fläge spielen. Für das Ding. Wo ist denn, ey? Okay. Da kommt noch was. Ach so. Ah, fuck. Ich bin durch Feuer gegangen. Was ist denn da noch? Nein! Meine Familie braucht dich! Oh, was macht's? Ich komme! Ich komme! Ich komme! Oh, nicht schlecht! Krass zusammen! Oh, nein! Wasser, oder? Ja, nun ist hier noch irgendjemand rum. Zum Teufel! Lach mich hier! Kommt der ganze an? Der hat Fick gescheitert! Hier ist die Katte gleich am Dampf! Zieh ne kleine Armee auf uns ansetzen! Kafferst du gerein! Neu verbieten! Feuer! Feuer! Keine Trotz von mir war! Los! 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 Schall auf die Runde doch! Ich versuch's ja toll! Aber mich ist nicht da! Bobby ist tot! Scheiße! Warte mal! Scheiße! Da ist mein Inventar! Blech frei vom Looterei! Ich kann nicht was seh! Ey, ey, ey! Ratten! Ratten! Wo ist denn? Keine Ahnung! Ratten! So, Ratten! So, was ist noch? Weiß! Grün haben wir noch! Mal ein Gebot! Mal ein Blauer auch weg! Wir können ja eh so noch mehr Waffen! Ganzes Lager hier! Mensch! Die warten ja, ne? Sehr höflich! Sehr höflich! Immer so spielen, ne? Einfach voll egal! Showdown ist, ja! Sie warten ja, ne? Das ist aber lieb! Achso, die hier auch noch! Warte mal! 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 Was ist das hier? Na so! Es ist nix besonders was! Ääh! Anzieh Sachen! Was ham wir? Ne? Ääh! Obwohl es besser als mal! Ja, wir können auch verbessern gleich. Warten Sie. Was ist das? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Nee, falsch, falsch, falsch. Obwohl das viel besser ist. Das sieht so ähnlich aus wie das. Also von daher nimm ich denn das mal. So, dritten. Das kann ich mir schwarz verlegen. Okay. Das ist ein sprachlicher Polycar. Okay. Nee, das ist schon die Johnnyspulle. Als Andenken, weißt du. Da ist nichts. Okay. Hösien, Hösien. Na komm, lass mal die mal. Die Behalber noch. So. Boah, bin wir da. Ich weiß. Ich weiß. Habt ihr den Rücken dran. Scheiße. Ich muss hier weg. Feuer. Oha. Voll auf dem Drucker. Feuer. Feuer. Das müssen alle gewesen sein. Ja, hoffen wir. Aber das hat funktioniert. Die Schrottkiste läuft noch. Die Systeme fahrt hoch. Weiter geht's. Rein wie schnell. Warten Sie. Warten Sie. Ich weiß. Scheiß weg. So, mein Basie. Hey. Hey, was? Wie? Zurück zum Panzer. Uns bleibt keine Zeit mehr. Warte mal. Ich weiß ja mal. Man kann die wissen. Ah, mein Lüterherz. Äh, gerade fest verschlossen. Hey, guck mal. Wir lassen doch nicht alles hier liegen. Hey. Achso, hier oben drauf. Wie? Zurück zum Panzer. Uns bleibt keine Zeit mehr. Der hat einen Hänger. Wie? Zurück zum Panzer. Uns bleibt keine Zeit mehr. Vielleicht kann man nicht so ganz. Waffe geht nicht. Okay. Okay. Wie? Zurück zum Panzer. Uns bleibt keine Zeit mehr. Ja, guck mal. Manche, also, ich will jetzt nicht alles. Ja, wie geht's? Zurück zum Panzer. Uns bleibt keine Zeit mehr. Der hat einen Hänger, ne? Ja, und hat einen Hänger. Oh, was gut ist. Wie? Zurück zum Panzer. Uns bleibt keine Zeit mehr. Ja. Komm, zurück zum Panzer. Ja. Wir sind unterwegs. Wir verschaffen dir etwas Zeit. Wir haben keine Zeit mehr. Wir passen auf Mitch und Carol auf und kümmern uns ums Tor. Hey, bist du wieder zurück? Minitech-Panzer. Oh. Wir müssen sie abfragen, ehe sie die anderen erreicht. Verfickte Konzern-Bastarde. Noch mehr Gesellschaft. Wir machen das. Wie schmeckt euch das, ihr Mini-Schwänze? Pferd, wir sind gerade am Blechkorb reißgestoßen. Carol arbeitet sich durch, wenn es dauert. Ich bin saumisch. Minitech lässt nicht locker. Es sind zu viele. Wir müssen ausfüllen, um die Ladung anzunehmen. Wir brauchen mehr Zeit. Wir drehen hier auch nicht, Däumchen. Halten euch so lange, es geht den Rücken frei. Haltet durch! Hey. Den sind wir los! Scheiße, wie! Vielleicht packen wir das wirklich! Wow, das nenn ich mal einen Knall. Mitch, alles in Ordnung? Wow, wir haben es geschafft! Nur noch ein paar ausgebrannte Wracks! Sol, Mitch, wir kommen zurück. Gute Arbeit. Aber wir haben ein kleines Problem. Was ist los? Oh oh. Das verrenzte System hat uns ausgesperrt. Nach dieser Vorstellung, werdet ihr so weit, dass ihr bei den Panzerjungs mitmachen könntet. Ich war ein Rücken-Driente. Und jetzt? Wenn nicht ein Tor noch aufgesprengt werden muss. Ah. Carol, du und Cassidy gebt uns hier Deckung. Roger, Mitch, du kommst mit uns. Keine Zeit zu verlieren. Gehen wir. Okay. Ich stelle ihn auf Autopilot und trenne die Verbindung. Okay. Alles in Ordnung? Du bist so ruhig. Bob und Teddy sind tot. Und es ist meine Schuld. Teddy und Bob. Sie kannten die Risiken wie. Wer war das? Das tun alle. Ich auch. Und wenn du gewusst hättest, wie es abläuft? Hey, der war da eben auch da. Dann würde ich es wieder tun. Für jeden im Clan. Saul meinte, du hast extra Hilfe für Mikoshi. Teddy ist doch. Ja, äh, äh. Mhm. Alt. Und wer ist das? Ja, auch. Alles, ne? Eigentlich alles. Ja, also... Lustige Sache. Alt ist nämlich Johnnys Ex. Nicht dein Ernst. Ich schwör's dir. Aber niemand kennt sich besser im Nettaus als sie. Ohne sie schaffen wir es nicht nach Mikoshi. Johnny. Alt. Ganz schön viel Familiendrama. Vertraust du ihr? Ja. Sie wird uns helfen. Wieso? Machst du dir Sorgen? Ich vertraue dir. Das muss reichen. Und deshalb vertraue ich darauf, dass dieser Alt nichts im Schilde führt. Die Sache muss einfach klappen. Nach allem, was wir riskiert haben. Ähm. Kalsch. Okay. Wie weit noch bis zum Arasaka Tower? Nicht weit. Von hier auf wird's ne Spritztour. Okay. Höh. Wollt ihr dich nicht mehr überraschen? Wollt ihr dich nicht mehr überraschen? Wollt ihr mich da ein? Sackt. Dinge laufen selten wie geplant. Wir haben keine Ahnung was und... Was ist das Problem? Carol unter Rest. Melitech hat Verstärkung geschickt. Sie sitzen fest. Die halten nicht mehr lange durch. Mein Gott. Ich nehm den Panzer. Sie brauchen jede Hilfe, die sie kriegen können. Bist du bescheuert? Das kannst du vergessen. Du kannst den Panzer nicht bedienen, ohne dass dir dein scheiß Gehirn abbrutzelt. Das ist ne bessere Idee. Das ist unsere Familie, Panam. Die lassen wir nicht im Stich. Thor, lässt du ihn gehen? Wie? Jemand muss ihn zur Vernunft bringen. Es gibt jetzt kein Zurück mehr. Niemand bläst hier was ab. Mach dein Ding. Ich halte Militech geschafft. Verdammt, Mensch. Sie werden dich umbringen. Sie werden dich heute, Pan. Ich hab' ein gutes Gefühl. Scheute, Pan. Haltet durch. Hierna gibst du mir ein Bier aus. Sie werden... Ach, alles darf nicht umsonst gewesen sein. Ihr beide seht nach, was mit dem Circus. Ja, da hab ich. Aber eigentlich hätt' man ihn hier holen können. Ja, so ist es ja jetzt auch ne Finte. Bin da. Sicher und unversehrt. Sei vorsichtig. Bitte. Ich komm klar, Pan. Du auch, ja? Komm in einem Stück zurück aus Bikoshi. Okay, los geht's. Over and out. Thor, bleib da. Ich will dir keine Scheiße mehr. Bitte. Die Beine noch. Uh, äh. Weiß ich nicht. Überlink dich und starte ihn. Der Motor ist überhitzt. Ist abgesoffen, als er auf Stahlbeton getroffen ist. Eine Überbrückung sollte den Shutdown aufheben. Na gut. Der Augenblick der Wahrheit. Das ist der Neustag. Wir haben ihn in manuellen Modus. Gut. Vor und vor. Das war wohl keine gute Idee. Komm zu mir. Panam, komm zu mir. Ja. Panam, rede mit mir. Nein, 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 nein. Panam. Bin da. Da ist nur ein paar Kratzer. Hab Schlimmeres überlebt. Panam. Für eine Sekunde dachte ich, du wärst schon okay wie. Alles gut. So. Tonne, jetzt fürs erste Gesicht. Was von mich? Wir haben noch nichts. Scheiße. Wusste ich's doch. Vielleicht nur ein Problem mit dem Funk. Na komm. Bringen wir es zu Ende. So, 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 äh. Ach, äh, so, so, äh, ja. Warte mal, ich kann ja auch mal nochmal irgendwie da gucken, äh, auf. Sorry, dass ich das mal mache, aber ich zerlege was und würde ich gerne nämlich meine Ausrüst ein bisschen verbessern. Wensch. Dem so ist. Rata. Rata. Was haben wir denn hier? Ah, nee, ist nix. Nichts Besonderes. Ich probiere mal was Neues. Oh. Ja. Äh. Äh, die ist, äh, alter. So viel zu, so nix, Bulle. Na komm, lass mal die an. Okay, Höschen haben wir was. Äh. Nö. Nichts so. Okay, warte mal. Na ja, haben wir, ne, hier haben wir nix. Okay, warte mal. Dann grade ich mal ab. Und zwar... Den Hut, ne? Der Hut. Den Hut auf jeden Fall. Der Hut ist ja aber easy abzugrainen. Jetzt hab ich's noch auf jeden Fall auf 45. Der, B, H, Wollte ich vielleicht was herstellen, ne? Ah, das wollte ich mal, aber... Das blockiert, guck. Weil ich was machen muss? Äh. Vorteil auf, Ausnahmetalent. Ausnahmetalent. Ist wo denn? Äh. Schumt hier. Ausnahmetalent. Ausnahmetalent. Hier? Oh Gott. Ausnahmetalent. Ich muss 18... 18 haben. Wait. Wir haben nur einen. Oh. Einen. Wir haben doch nicht einen. Roll. Ja, dann machen wir noch hier hin, ne? Genau. Und dann... Könnten wir mal machen. Aha. I did what she's saying. Ich... Stufe ist das 88. Welche habe ich? 93. Ich grad das mal ab. Ja, voll abgegradet. Ähm. Okay, die kann man nicht abgraden, aber egal. Die geht auch nicht... Die geht auch nicht... Oh, was ist diese... Legendäre andere Komponente. Ähm. Nein, die höchste ist hier noch auf der 90. Nein. Okay. Nein. Nein. Ehm. Wir können voll upgraden, ne? Die kann man auch richtig gut geben. Obwohl, die ist zu heftig, ne? Alter, wenn ich das mache, lass ich doch lieber. Dann mach ich doch eher hier, die Brille, schön. Rein da. Bis es nicht mehr geht. Hier auch mal, bis es nicht mehr geht. Weil, es dauert ein bisschen lange. Oh, jetzt ist sie voll. Okay, es geht, okay, es gibt voll. 60. Okay, ich mach mal, da ist jetzt mal die Stile an. Oh, heiß, heiß, heiß. Ne? Das sieht vernünftig aus. Ja. Ich komme jetzt. Was ist das? Das heißt, wir sind unterhalb des Towers. Genau. Wir müssen einen Weg weiter nach oben finden. Da. Vor uns. Siehst du sie? Ja. Ja. Das waren alle. Ah, die haben doch immer was. Wieso kriege ich die Roboter richtig gelootet? Der auch nicht. So, aber dann hier. Sorry, Leute. Ich bin wieder für euch da. Ja. Äh, wohin? Wohin? Wo ist denn ein Naps im Schleuniger? Hallo? Komische Verarschen. So, alles rein hier. Da. Wenn man mal darüber nachdenkt. Schon unglaublich, dass wir genau da sind, wo die Arasaka-Bombe hochging. Ähm. Müsste hier dann nicht alles verschmalt sein? Wer weiß. Na, toll. Oh na. Ah! Wie? Wie? Sie hat wieder einen Krapfanfall. Wie? Alles okay? Hey! Hab's unter Kontrolle. Wir müssen weiter. Ne Ahnung, wo wir sind? Sehen wir uns um und finden's raus. Ich seh da was. Wir müssen uns erst um die Wachen kümmern. Weil die Belastung hier. Oh, ich schwenke. Das gefällt mir nicht. Weh. Übernimm die Wachen. Leise, wenn's geht. Weißt du, es ist was Ernstes? Fängt ihr, wie falls danach? Wir sind garantiert bis abends hier. Warf das ja immer so ab? Nee. Fast nie. Das ist ja das Beunruhigende. Das waren alle. Achso, die hat's. Okay. Die muss jetzt schon looten, ne? Weil ich jetzt eigentlich, wie das geht. Das sind die Wachen. Das ist nicht. Okay. Schnell und still. Er ist ein ganzer Einheit da. Vielleicht Convoy Security. Okay. Die Lage ist etwas prekärer als angenommen. Wir müssen doch das Bohren-Vibrationen unter dem Gebäude gemeldet haben. Alle Einheiten in Alarmbereitschaft, ja. Was bedeutet, dass jetzt alle Passagen gesperrt sind? Wir sitzen hier wie Ratten im Käfig. Wo sind wir genau? Werks- und Wartungsebene. Und da kommen wir nicht weg, bis wir die Security ausschalten. Ist es noch weit bis Mikoshi? Nein, das Labor ist im nächsten Sektor. Aber da müssen wir erst mal hin. Gibt's Zugriffspunkte? Wir brauchen dringend ein. Ich such schon. Sekunde noch. Gefunden. Ist nicht weit. Da kannst du dich verlinken. Okay. Hoffen wir, es gibt auch ein Port für Alssplitter. Ich schicke dir die schnellste Route. Aber erst müssen wir diese Sperre aufheben. Lasst euch nicht entdecken. Es muss niemand was von unserem Besuch mitkriegen. Alarmstufe Rot aktiv. Alle Mitarbeiter haben bis zur Aufhebung der Gebäudesperre an ihren Positionen zu verbleiben. Was? Bicons Los ... Bicons Los ... Und bin לכ. ... 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 Was ist das? Wo ist das?